Ich denke, es gibt ein ganzes Bündel von unterschiedlichen Zielsetzungen, die sich auch erst über Zeit langsam konkretisiert haben und nicht zuletzt auch aufgrund von Einfluss von anderen Ländern verändert haben. Und natürlich auch entsprechend unterschiedlicher Akteursinteressen höchst unterschiedlich sind. Wenn man nun die Belt and Road Initiative auf eine offizielle Formel runterbrechen wollte, dann geht es darum, den eurasischen Wirtschaftsraum wiederzubeleben. Und diesen durch ein Verbinden und Zusammenrücken mit Afrika und Südostasien zu einem globalen Wachstumsmotor auszubauen. Das Hauptziel besteht darin, die Konnektivität durch den Aufbau einer Infrastruktur, die Schaffung von Handelsbeziehungen und den Aufbau eines Netzwerks von Schlüsselstätten zu stärken. Die Initiative umfasst einerseits eine ganze Bandbreite unterschiedlicher Akteure, angefangen von Stadtregierungen und Provinzregierungen über staatseigene und private Unternehmen bis hin zu Konfuzius-Instituten und Universitäten. Andererseits findet die Zusammenarbeit auch in sehr und auch sehr höchst unterschiedlichen Regelungssystemen statt. Beispielsweise in multilateralen Institutionen und bilateralen Beziehungen. Die Belt and Road-Initiative ist ein derart großes und weitreichendes und komplexes Projekt, dass man hinsichtlich der Chancen erst einmal verschiedene Ebenen und Akteure sortieren muss. Was wird es China bringen? Was wird es den anderen beteiligten Nationen bringen? Und hier muss man wiederum nochmal unterscheiden zwischen entwickelten und Entwicklungsländern. Was sind die Chancen wirtschaftlicher Entwicklung und was sind die geopolitischen Chancen für eine multipolare Weltordnung? All das ist schon schwierig genug, aber ich denke, dass jenseits all dieser spezifischen Besonderheiten die größte Chance darin besteht, dass die Belt and Road-Initiative Möglichkeitsräume einer alternativen Globalisierung bereitstellt. Zum einen natürlich gänzlich andere globale Institutionen und Strukturen und zum anderen aber, und ich denke, das ist sogar noch wichtiger, durch eine ganz andere Art als die neoliberale Globalisierung. Die neoliberale Globalisierung zeichnete sich vor allem durch die Idee aus, dass Grenzen durchlässig gemacht und Märkte geöffnet wurden und dies alles allenfalls durch abstraktes Regelwerk zusammengehalten wurde. Die unsichtbare Hand der Märkte regelte dann den Rest. In der Belt and Road-Globalisierung kooperieren hingegen Staaten miteinander und die Staaten übernehmen so auch sehr spezifische Verantwortung. Diese direkte Kooperation bedeutet, dass sich Konzerne diesen Kooperationsabkommen unterordnen müssen. Und das ist eine große Chance. Bei einem so großen Projekt sind natürlich auch die Risiken immens. Die offensichtlichste Gefahr besteht darin, dass die Infrastrukturprojekte nicht die erhoffte wirtschaftliche Dynamik erzeugen und letztlich als große Investitionsruinen in der Landschaft stehen. Eine andere Gefahr besteht darin, dass Chinas Wachstum einbricht und diese Belt and Road-Projekte nicht mehr finanziert werden. Wir müssen ferner davon ausgehen, dass viele Länder die Schulden nicht zurückzahlen können. In China selbst geht man davon aus, dass ca. 30% der Schulden wo abgeschrieben werden müssen. Also bei derart riesigen Investitionssummen kann aus der Initiative schnell eine Abwärtsspirale von Schulden, Defiziten und wirtschaftlichem Niedergang werden. Angesichts der globalen Herausforderungen der Zukunft halte ich die Möglichkeit, einer alternativen globalen bzw. internationalen Zusammenarbeit, in der verschiedene unabhängige nationale experimentelle Prozesse für neue sozial-ökologische Entwicklungspfade gefunden werden können, erst einmal für gut. Denn ich habe keine Hoffnung, dass die neoliberalen globalen Institutionen der letzten Jahrzehnte dieser Herausforderung zu begegnen gewillt und auch fähig sind. Es braucht eine ganze Reihe neuer globaler Mechanismen, Strukturen und Institutionen, die entwickelt und implementiert werden müssen. Ob nun die Belt and Road-Initiative diese Art von Institutionen und Strukturen bereitstellt, die unterschiedlichen Staaten eigene sozial-ökonomische Entwicklungen ermöglicht, tja, das muss man erstmal abwarten und kritisch beobachten. Über die Risiken haben wir ja schon gesprochen. Dennoch, zum ersten Mal seit sehr, sehr langer Zeit besteht die Chance, das Globalisierungsmonopol des Westens herauszufordern und aus linker Sicht finde ich das erstmal gut.